Moin Moin Hugo hier wieder am Start für euch. Lasst uns gemeinsam über Smart Money sprechen, über den Umstand sprechen, wo eigentlich die Gelder hinfließen und in welche Projekte sie auch verlagert werden von hoch profitablen Wallets, die ich auch verfolge. Und lasst uns natürlich auf zwei, drei Gems übergehen, wo ich der Meinung bin, ja da steckt ein 50 bis 100x mit drin und die können schon vielleicht die Kryptolandschaft so ein bisschen weit verändern und all das werden wir im heutigen Video gemeinsam durchsprechen. Wie immer gilt auch, wenn euch diese Art des Contents und auch dieser Kanal hier gefallen sollte, gerne abonnieren, gerne liken, gefällt mir wie immer an dieser Stelle, wenn nicht heute, dann gerne morgen. Lasst uns direkt starten und kommen wir auf das erste Projekt zu sprechen. Das ist tatsächlich, das hätte ich beim besten Willen ja nicht geglaubt, aber es ist Chainlink. Warum Chainlink? Chainlink ist einer der Lieblingsprojekte der Smart Monies. Wenn wir auf Smart Monies zu sprechen kommen und das ist hier erstmal eine wunderbare Sache. Ich glaube, ich muss euch alle nicht erklären, warum Chainlink bei sehr vielen Smart Monies die Lieblingsprojekte sind, denn Chainlink hat an dieser Stelle schon weitaus sehr, sehr viel Potenzial. Des Weiteren male ich mir auch eine hervorragende Zukunft aus, wenn wir auf CCIP zu sprechen kommen, wenn wir auf das Ökosystem Chainlink zu sprechen kommen, wenn wir auf Oracle zu sprechen kommen, wenn wir auf die Smart Contracts von morgen zu sprechen kommen, ist und bleibt Chainlink eines der Lieblingsprojekte, wenn wir auf Smart Monies zu sprechen kommen. Ein weiteres Projekt geht es hier um nichts anderes als Grog. Ich muss euch erklären, was ich so an Grog faszinierend finde und warum das so spannend ist. Also erstens, das Projekt ist am 4. November gestartet. Das heißt, am 4. November ein Investment in Grog wären 62.000% an Wertsteigerung gewesen. Die Smart Monies haben es schon vorher gewusst. Aber was es so spannend an Grog, erstens ist der Punkt, warum das Ganze für mich so interessant ist, ist natürlich der Umstand, dass die Marktkapitalisierung bei 142 Millionen Dollar liegt. Ich werde euch auch gleich erklären, warum das so interessant ist. Und der weitere Umstand ist der Umstand, dass Twitter einige Anmeldungen, also Patentanmeldungen durchgeführt hat und daraufhin sind sofort Coins entstanden. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass genau diese Coins immer wieder sehr, sehr stark am Trenden sind, wenn natürlich irgendwie Ellen Mast dahinter steckt. Ich glaube, das ist erstmal kein Geheimnis, aber der weitere Umstand ist natürlich der Punkt. Der Faktor ist natürlich der hier. So, kein Abwärtstrend, keine Korrektur, nichts dergleichen. Und das Ding scheint einfach nur zu steigen. Grog hatte ich tatsächlich hier gesehen an diesem Punkt und auch an diesem Punkt. Aber normalerweise habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, wenn wir auf solche Meme-Projekte übergehen, dass ich eigentlich auf den hier gewartet habe, wo dieser ganze Abverkauf erstmal stattfindet, wo wir erstmal lange, lange seitwärts laufen und so langsam aber sicher dann das Volumen sich einstellt und dann quasi nach oben schießt. Das ist hier ausgeblieben. Und man sieht es einfach, dass die Leute Grog auch lieben. Also da ist tatsächlich nur Spekulation dahinter, mehr auch nicht. Das dürfen wir bei solchen Sachen nicht vergessen. Ich hatte es anfangs gesprochen, 147 Millionen Marktkapitalisierung. Werden wir nämlich jetzt auf Bitcoin zu sprechen kommen, also Harry Potter, Sonic, Obama, Inno 10. Das ist nämlich ein Projekt, den die Smart Money ebenfalls lieben und schon sehr, sehr lange auch investieren. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, dass Bitcoin, also Harry Potter, Sonic, Obama, Inno 10, nur ein Market Cap von 122 Millionen Dollar hat im Gegensatz zu Grog. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Marktkapitalisierung aus Bitcoin entzogen wird, sodass sie auch auf Grog übergehen könnte. Aber wie gesagt, mir fehlt hier auch die Korrektur. Mir fehlt hier diese lange Seitwärtsbewegung, weil ich weiß von Krypto, und das ist jetzt auch eine Erfahrung, die mich daran hindert, in Grog zu investieren, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass nicht alles immer permanent nach oben steigen kann, sondern dieser Abverkauf starten muss, bevor ich investieren kann. Und lieber kaufe ich in einem Bereich ein, wo wirklich Blut auf den Straßen liegt, als in solch hohen Peaks einzukaufen. Das weiß ich einfach nicht, und das ist für mich eher wie ein russisch Roulette zu betrachten. Wenn ich jetzt investieren würde, ist das wirklich ein Spiel mit der Zeit, und ich weiß nicht, wann die Korrektur kommt. Deswegen lasse ich erstmal die Finger davon. Ein weiteres Projekt, wo ich persönlich meinen Fokus drauf habe, ist Rollbit. Rollbit ist tatsächlich ebenfalls eines der Lieblinge, wenn wir auf Smart Money zu sprechen kommen, und seit dem September permanent im Aufwärtstrend. Und eine Sache muss ich zu Rollbit ja mal auch loswerden. Ich habe in der Vergangenheit häufiger Videos darüber gemacht, und auch das Thema oder die Sparte Gamblefy als Narrativ auch nochmal erwähnt. Und ich finde, Rollbit hat das Zeug auch im nächsten Bullenmarkt komplett zu rasieren, weil einfach Rollbit A, nicht auf Börsen gehandelt wird, B, die Leute dieses Narrativ Gamblefy lieben, und C, weil es auf keine Börsen gehandelt werden kann. Ganz einfach, auf Grundlage dessen, dass Rollbit nicht an Börsen gekauft werden kann, hat auch Rollbit nicht den Zugang zu Future-Daten oder zu Future-Händlern. Was ja erstmal gut ist, das heißt, man könnte jetzt keine größeren Short-Positionen auf Rollbit eröffnen, und damit den Kurs so weit drücken. Ich finde auch nochmal einen weiteren Umstand gut, weil es nicht auf Börsen gehandelt werden kann, ist dieser ganze Verlauf, den wir auch hier sehen, tatsächlich nachhaltiger Natur, weil es ja keine Börsenkäufe eben auch gibt, oder irgendwelche Strategien man hier rauf machen kann. Was wiederum, und das ist jetzt der Hauptpunkt, ist, wenn die Ethereum-Gastransaktionsgebühren hoch sind, kann ich davon ausgehen, dass keiner oder wenige Leute Rollbit verkaufen werden, weil, ja, wir wissen, die Fische, die kleinen Leute, sie sind im Kollektiv teilweise stärker, größer als Wale. Und wenn die kleinen Fische mal anfangen zu verkaufen, können sie schon einen großen Schaden hinterlassen. Und wenn die Ethereum-Gastransaktionsgebühren relativ hoch sind und ich für eine Transaktion 70 Dollar bezahlen müsste, überlegen die kleinen Fische dann doch dreimal, ob sie jetzt verkaufen oder ob sie es doch lieber halten. Deswegen, ja, immer auch die Gastransaktionsgebühren im Fokus behalten. Das ist nämlich ein Pluspunkt für Rollbit. Und damit gehen wir natürlich auch zu einem weiteren Projekt, auch eins meiner Lieblingsprojekte, Freunde. Das ist The Real Smurf Cat. Ich weiß, es ist so banal, aber seitdem ich in diesem Meme-Coin-Space bin, hat man so ein kleines Gespür dafür, was gute Projekte sind und was schlechte Projekte sind. Ich kann auf Grundlage dessen sagen, ja, Meme-Coin-Space ist zwar gut, ist zwar interessant, aber wir müssen natürlich auch schauen, auch wenn die Projekte keinen Use Case haben, wo ist der meiste Hype-Charakter? Und das sehe ich ganz klar in Real Smurf Cat. Auch ein weiterer Umstand ist, dass auch meine Lieblings-Wallet Harald immer wieder Real Smurf Cat aufkauft. Auch heute wieder um 2.10 Uhr Real Smurf Cat im Werte von 10.000 Dollar aufgekauft. Lass uns auf ein weiteres Projekt zu sprechen kommen, der mich persönlich auch begeistert hat. Das ist nämlich Micro AI. Das ist tatsächlich ein Projekt, der nicht im Meme-Coin-Space unterwegs ist, sondern eher im guten Use Case aufweisen kann. Eine Sache, do your own research. Freunde, das ist richtig wichtig, dass ihr alle euren Research durchführt, denn auch Micro AI, ich werde euch mal erklären, was dieses Projekt machen kann, aber ich möchte euch gerne auch über den Umstand auch in Kenntnis setzen. Dieser Punkt hier, dieser Abverkauf ist damit zu begründen gewesen, dass die Devs einige Gelder genommen haben, es auf Börsen ohne KYC geschickt haben und es sich dort ausgezahlt haben. So, normalerweise kannst du als Dev aber mit den Geldern machen, was du willst, wenn es nicht in einer Treasury ist oder sonst was. Es waren aus Wallets, die auch für Marketingzwecke oder für Entwicklungszwecke genutzt werden konnten und natürlich brauchen Devs und Entwickler Geld, aber sie haben halt die Community nicht darüber informiert und darüber gab es nämlich sehr, sehr viel Shit und daraufhin hat natürlich auch das Kollektiv entschieden, hey, wir verkaufen ab, wir haben keinen Bock mehr drauf und auf Grundlage dessen ist der Preis von 14 Dollar auf 1,53 Dollar auch komplett eingebrochen. Die Devs haben sich aber nochmal dazu gemeldet und auch eine Arme einberufen und gesagt, hey, so und so sieht es aus, haben wir das Ganze nochmal erklärt. So kann ja passieren, ne? Also das ist jetzt erstmal nicht so weiter tragisch, hat ja nichts mit dem Projekt zu tun, sondern einfach nur im Hintergrund mit den ganzen Verwaltungsthemen. Aber was kann dieses Projekt eigentlich machen? Lass uns da mal genauer drüber schauen und das ist nämlich ein Projekt, der sich auch im Bereich KI auch angesiedelt hat, also auch algorithmisches KI und es geht auch um den Punkt, dass sie bei Menschen eine sehr, sehr hohe Fehlertoleranz sehen und dass das Ganze mit maschinelles Learning, mit KI für mehr Effizienz eines Hedgefonds eben auch zugute sprechen kann. Sie machen hier auch dieses Beispiel mit GameStop. GameStop, ich glaube, wir alle kennen das, dass das für viele Hedgefonds mit ihren Short-Positionen ja in einer wirklich gefährlichen Situation gebracht hat und Micro AI möchte natürlich Punkte entwickeln, die genau das eben auch entgegenwirken. Sie wollen nicht mehr diese Fehlertoleranz bei den Menschen sehen, sondern das Ganze soll durch maschinelles Learning, durch KI viel mehr mit Effizienzsteigerungen eben auch verbunden sein und auf Grundlage dessen auch bessere Entscheidungen auch im Finanzmarkt zu treffen, möchten sie solch KIs auch hier entwickeln und das fand ich eigentlich sehr gut, denn nach ULAS, darüber habe ich gesprochen, ist es eines der Projekte, der mich wirklich im Bereich KI sehr, sehr interessiert und daraufhin auch investiert habe und habe tatsächlich auch diesen Dip eingekauft und das ist auch ein Punkt, wo auch viele und einige Smart-Minds auch in dieses Projekt eingestiegen sind. Auf Grundlage dessen habe ich ja dieses Signal auch bekommen und ja, mal gucken, wie das Ganze ausschaut. FAT gehört dazu, ja, dieser Abverkauf gehört dazu. Ich habe auf jeden Fall günstig eingekauft, auch so bei 2 Dollar war mein Durchschnittskurs auf jeden Fall fast ein 1X mitgenommen, auf Grundlage dessen, dass einfach nur Panik am Markt auch geherrscht hat und nach einigen Tagen sich das Ganze wieder normalisiert hat, aber es ist wie gesagt eine Sache, die ihr alle selber entscheiden müsst. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ihr auch selber auch treffen müsst. Ja, es ist gefährlich da draußen, Krypto ist immer wieder super hoch spekulativ und der ganze Markt, ja, Meme-Coins mit niedrigen Marktkapitalisierung und so weiter ist ja noch spekulativer. Aber auf Grundlage von Smart Money Research fühle ich mich so ein bisschen sicherer, weil ich einfach auf die Entscheidung vieler Smart Moneys vertraue, denn ich sehe immer wieder, dass diese ganzen Smart Money Wallets investieren und immer wieder gut im Profit verkaufen, haben schon die ein oder anderen Gespüre dafür, in welche Projekte sie eigentlich investieren, welche Projekte gut sind, welche Projekte schlecht sind. Es entstehen tagtäglich hunderte von Projekten. Man muss da verdammt aufpassen, woran man investiert. Wenn ich sehe, dass fünf Smart Moneys, die ich beobachte, in ein Projekt investieren, dann bin ich auch dabei, ganz einfach. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Wir sehen uns auch morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.